Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Baumschmücken oder Plätzchen backen? Plätzchen backen. Bratapfel oder gebrannte Mandeln? Gebrannte Mandeln. Last Christmas oder All I want for Christmas is you? Last Christmas. Glühwein oder Kinderpunsch? Kinderpunsch. Glühwein oder Bier? Bier. Kochen oder bestellen? Kochen. Was gibt's? Wann? Abends. Einen leckeren Braten. Lichterkette oder Kerzen? Lichterkette. Warum keine Kerzen? Ja, muss man häufig ersetzen. Kevin allein zu Hause oder der Grinch? Kevin allein zu Hause. Alle Teile gesehen? Ne, nur den ersten, glaube ich. Raclette oder Fondue? Raclette. Schlitten fahren oder Schlittschuh laufen? Schlitten fahren. Kannst du Schlittschuh laufen? Ja. Gut oder schlecht? Ich überlebe und verletze mich nicht dabei. Das ist die Hauptsache. Skifahren oder Snowboarden? Skifahren. Weihnachtsmarkt oder Sofa? Weihnachtsmarkt vor der Tür. Danke. Gerne. Musik 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 Vielen Dank.